Herzlich Willkommen, ich freue mich sehr, dass aber keiner versteht mich. Hilfe, ich nuschel. Hilfe, ich nuschel. Ich bin Yvonne de Barck, Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache und ich bin da, wo Wirkung Erfolg macht. Ein ganz einfacher Trick aus der Schauspielerei, wie man Nuscheln unterbinden kann, wie ihr eine schöne Sprache bekommt und die Sprache schön nach vorne geht, ist folgendes. Es sieht ein bisschen dämlich aus, also es sieht sehr dämlich aus, aber es hilft super. Also die Zunge rausstrecken, ganz weit raus, soweit ihr könnt und dann sprecht weiter. Lest etwas, betont jeden Konsonanten und jeden Vokal. Und nach einer Weile, wenn ihr die Zunge wieder reinnehmt, dann merkt ihr, wie schön die Stimme nach vorne besteht, beziehungsweise die Sprache nach vorne gewandert ist. Viel Spaß beim Ausprobieren.